Pro und Contra, der Puls 4 News Talk, präsentiert von Florian Dommer. Schönen guten Abend an diesem Montag. Da gibt es diese Geschichten, die einfach unglaublich klingen. Ein 16-jähriges Mädchen an Multiple Sklerose erkrankt, der alle Medikamente nichts helfen, die als letzten Ausweg dann zum Homöopathen geht und heute mit 19, fast zwei Jahre, schon nahezu schmerzfrei ist. Oder der neugeborene Bub, dessen Eltern von drei verschiedenen Ärzten eine Augen-OP empfohlen bekommen haben, wegen eines verschlossenen Tränenkanals. Sie haben sich aber für einen Alternativmediziner entschieden. Der hat keine OP gemacht, sondern eine homöopathische Behandlung. Und siehe da, er war auch geheilt. Das sind jetzt alles recht schöne Heilungsgeschichten. Sie könnten aber auch reiner Zufall sein. Denn wissenschaftlich bewiesen ist die Wirkung von Homöopathie ja nicht. Was hilft jetzt besser? Penicillin oder Globulin? Das diskutieren wir mit Physiker, Science-Buster und Homöopathie-Zweifler Dr. Heinz Oberhumer. Herzlich willkommen. Für uns ist auch die erste Homöopathin in der Gynäkologie am größten Krankenhaus Österreichs, dem AK Wien. Und heute an der Privatklinik Töbling, Dr. Micha Bitschnau. Der Chef vom Institut für Pharmakologie an der MedUni Wien, Schulmediziner Dr. Michael Freismuth. Für uns ist auch Intensivmediziner, Internist und Homöopath Dr. Michael Fraas. Die Medizinautorin und Homöopathie-Gegnerin Dr. Christa Federspiegel. Und bei uns sind auch Patienten, die mit Alternativmedizin geheilt wurden und Menschen, denen Homöopathie gar nicht geholfen hat. Gegner und Befürworter. Auch mit ihnen wollen wir im Laufe dieser Sendung natürlich diskutieren. Fangen wir aber gleich einmal mit einer Frau an, die durch Homöopathie geheilt wurde und selber Ärztin ist. Frau Bitschnau, Sie haben an Asthma gelitten. Das wurde aber alternativ geheilt. Das war am Anfang meines Medizinstudiums. Ich habe damals gearbeitet, studiert, relativ viel parallel gemacht und zugleich seziert. Und im Sezierkurs ist man mit relativ vielen Formalindämpfen konfrontiert. Und das zusammen dürfte das Asthma getriggert haben. Das war relativ schwer, das Asthma. Und ich hätte eigentlich eine Dauermedikation aus Kortison und Antihistamine nehmen müssen damals. Und wollte das nicht. Und habe dann ein Jahr lang herumprobiert, alle alternativen Methoden, die irgendwie greifbar waren. Ich habe von der TCM über Psychotherapie, über Akupunktur, alles einfach versucht. Aber es hat nichts wirklich genützt. Und irgendwann hat mich ein Kollege aufmerksam gemacht auf eine Vorlesung an der Uni über Homöopathie. Ich habe von Homöopathie eigentlich nichts gewusst damals. Bin dort hingegangen, habe das sehr skurril gefunden, was der Vortragende dort erzählt hat. Aber man dachte, jetzt habe ich schon so viel Geld ausgegeben, macht auch nichts. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mich behandeln würde. Das hat er getan. Er hat mir ein paar Kügelchen gegeben, die mich damals ein bisschen empört haben, weil man gedacht hat, das kann es jetzt nicht sein für so viel Geld fünf Kügel gehen, die man lutschen muss. Ich habe das getan und bin wirklich dann nach circa zwei Wochen das Asthma losgeworden, das auch nicht wiedergekommen ist. Und das war für mich damals als Studentin so eindrucksvoll, dass das der Grund war, warum ich mir gedacht habe, die Methode möchte ich parallel lernen zu meinem normalen Medizinstudium. Herr Freismuth, wenn Sie solche Geschichten hören, noch dazu von einer Ärztekollegin. Warum zweifeln Sie dann? Erstens einmal möchte ich schon sagen, Ihr Wort Schulmedizin, das haben wir schon in der Vorbesprechung gehabt, dass Sie mich als Schulmediziner vorgestellt haben, das finde ich schon einmal eine Beschimpfung. Das Wort Schulmedizin ist eingeführt worden von den Apologeten des Nationalsozialismus oder den Wegbereitern des Nationalsozialismus, um gegen die verjudete Schulmedizin vorzugehen. Gut, dann sagen wir Homöopathie-Gegner. Ich würde jetzt nicht sagen Homöopathie-Gegner, sondern ich bin ein ethischer oder wissenschaftlicher Mediziner. Okay, und zweifeln an dieser Geschichte von der Frau Bitschner? Das erste Mal ist es sachlich falsch, dass man Asthma-Bronchiale mit Antihistaminika behandelt. Das ist also einmal fachlich falsch. Asthma-Bronchiale wird nicht mit Antihistaminika behandelt. Das ist auch über 20 Jahre her gewesen. Auch damals wäre es falsch gewesen. Das war schon lange bekannt, dass H1-Antihistaminika beim Asthma nicht helfen. Das ist seit ungefähr 40 Jahren bekannt. Also schon mal so eine schlechte Behandlung. Wenn da sein H1-Antihistaminikum verwendet wird, ist kein Wunder, dass es nicht wirkt. Das Erste. Das Zweite ist, dass jede Erkrankung, gerade immunologische Erkrankungen, weil Sie auch das Beispiel Multiple Sklerose gebracht haben, immunologische Erkrankungen sind dadurch charakterisiert, dass Sie einen sehr variablen Verlauf haben. Einen sehr variablen Verlauf. Und ich kann Ihnen auch eine Geschichte erzählen von meiner Tochter, die an einer Neurodermitis gelitten hat. Da sind wir hinaufgegangen auf den Falkenstein, St. Wolfgang, wo es die Quelle des heiligen Wolfgangs gibt. Und da sind wir dorthin gegangen und dann haben wir in den Opferstock Geld hineingeworfen. Wir haben diese Glocke geläutet und dann sind wir zu dieser Quelle gekommen, zu dieser heiligen Quelle. Und meine Frau ist eine Ketzerin, also evangelisch, und hat sich darüber lustig gemacht. Und ich habe ihr gesagt, so kannst du es nicht machen. Wenn wir jetzt schon hier sind, werden wir das jetzt ausnützen. Wobei ich immer sagen muss, ich bin ein strenger orthodoxer Arteist. Aber wir haben dort dann das Wasser gesammelt. Wir haben göttlichen Segen herbeigerufen. Und wir haben meiner Tochter dieses Wasser auf diese beiden Stellen getan. Und siehe da, für ein halbes Jahr, für mehr als ein halbes Jahr, hatte sie keinen Ausschlag mehr. Wir haben ein kleines Ritual gemacht. Und dank dieses Rituals und auch dank der 500 Schilling, die vor dem Auge meiner Tochter damals gewusst hat, weil als Wissenschaftler man ja nicht so viel Geld hat, dass das sehr viel Geld ist, hat sie also gesehen, wir haben ein echtes Commitment. Und offensichtlich hat sie das so beeindruckt, als vier- oder fünfjähriges Mädchen, dass das wunderbar gewirkt hat. Es hat dann einige Jahre immer wieder gewirkt. Und dann irgendwann einmal ist, glaube ich, der Zynismus oder der Sarkasmus in der Familie dann doch irgendwie her durchgeschlagen. Und der Effekt, sie hat da mitbekommen, dass wir auch nicht dran glauben. Und dann hat sie auch nicht mehr dran geglaubt. Mit der Art und Weise, wie Sie das erzählen, um es auf den Punkt zu bringen, Sie finden das lächerlich, jeder, der bisher mit Homöopathie angeblich geheilt wurde? Ich glaube nicht, dass es lächerlich ist, sondern ich glaube nicht, dass Sie unterschätzen, wie viel man machen kann, wenn man ein gewisses Primborium macht. Ich kann mich auch erinnern, ich habe ja auch im AKH gedient. Und da war eine Patientin mit schweren ventrikulären Arrhythmiens, sieht man ja am EKG. Und jetzt kann man sich überlegen, was man macht. Und man kann sich auch darüber nachdenken, ob die Patientin nur deshalb diese Arrhythmien hat, weil sie so furchtbar Angst hat in der Situation, in der sie ist. Und man kann sich auch zu ihr aufs Bettchen setzen. Dann kann man ihr die Hand halten, kann empathisch agieren. Und dann kann man zur Schwester sagen, Aqua Bidestillata Perfortis, das klingt toll. Dann habe ich ein Glas davon, ein kleines. Dann hat die Schwester gebracht einen kleinen Schluck in so einem Stamperl Wasser. Dann hat die Patientin das getrunken. Und während sie das geschluckt hat, konnten sie am EKG-Monitor sehen, wie die Arrhythmien verschwinden. Also sie sehen, dass die Kraft, das ärztliche Handeln besteht nicht nur darin, dass man ein Mittel verordnet, sondern dass man auch einen gewissen Zauber ausübt. Allerdings, und jetzt kommt das ganz Entscheidende, der Zauber, den man macht, dafür Geld zu verlangen, das über das ärztliche Honorar hinausgeht. Nämlich für Sachen, die absolut wirkungslos sind, für die keine Wirkung nachgewiesen ist, abgesehen vom Zauber-Effekt, das ist unethisch. Herr Dr. Fraas, es gibt laufend Studien, die beweisen, dass, oder beweisen wollen, dass Homöopathie nichts wirkt. Das ist doch ein Problem für Sie als Homöopath. Ja, ich könnte auf der umgekehrten Seite zeigen, dass es sehr schöne Übersichtsarbeiten gibt, die eben zeigen, dass die Homöopathie tatsächlich doch wirkt. Das würde jetzt aber, glaube ich, das Publikum und auch die Zuseher langweilen, wenn wir uns jetzt in Details verzetteln, die sozusagen für Nicht-Spezialisten nicht so nachvollziehbar sind. Und ich glaube, man kann hier eines mit großer Sicherheit sagen, es gibt so in Österreich etwa drei Millionen Österreicherinnen und Österreicher, die hier sich mit Homöopathie beschäftigen, auf einem verschiedenen Niveau. Ich persönlich beschäftige mich mit der klassischen Homöopathie, auch was Dr. Pitschner jetzt hier betrifft, denn nur nach einer gediegenen Ausbildung, wobei man in Österreich dazu sagen kann, wir sind alles konventionelle Mediziner, wir haben das ganze Studium gemacht, wir sind also sozusagen nicht irgendwie nur mit Homöopathie beschäftigt, das ist das Gute in Österreich. Und gleichzeitig darf ich eben auch vorweisen, dass ich Intensivmediziner bin, also ich steche gleichermaßen gerne in den Hals hinein oder stecke Tuben hinein, bin auch international sehr aktiv. Ich habe bei so vielen Patienten so gute Erfolge gesehen und da sind tausende andere Kollegen, aber auch hunderttausende Österreicherinnen und Österreicher, die sehr wohl im Stande sind, zu unterscheiden, ob man mal einen kurzfristigen Effekt hat, der sozusagen auf dieses angenehme Klima zurückzuführen ist, oder ob das eben jetzt nur tatsächlich ein Effekt ist, der durch diese Kügelchen induziert wird. Könnte es aber auch Zufall gewesen sein? Es kann immer Zufall sein, aber wir wissen also, alle Apotheker in Österreich, und ich kenne einen sehr hohen Homöopathie-kritischen Apotheker in Österreich, der ganz gegen die Homöopathie spricht. Er verkauft in seiner Apotheke, wie wir alle wissen, rezeptfreie Homöopathik, und das Ethos des Apothekers wird es ja verbieten, dass er etwas verkauft, was nicht seinen Vorstellungen entspricht. Und daher kann man so eigentlich sagen, hier wird sogar von den Homöopathie-Kritikern eigentlich zugegeben und auch gesagt, dass sie hier eine Wirkung entfalten. Frau Wederke, Sie schütteln den Kopf. Ich kenne diesen Apotheker und ich weiß auch, dass er laut seinen Statuten der Apothekerkammer Homöopathiker verkaufen muss, wenn ein Kunde kommt und das verlangt. Er macht das nicht freiwillig, aber es verpflichtet dazu. Das hat mit Unethik nichts zu tun. Damit diffamieren Sie diesen Mann. Wenn ich schon am Wort bin, möchte ich es nützen. Wenn man hört, wie Homöopathiker hergestellt werden und seine Logik einschaltet, dann kann man nicht daran glauben, dass diese Mittel wirken. Vielleicht, wenn jemand sagt, mir hat die Homöopathie geholfen, meint er wahrscheinlich die lange Zeit, die ein homöopathischer Arzt, wenn er ein guter ist, sich dem Patienten widmet. Das dauert auf eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Und wer fühlt sich nicht wahrgenommen und entlastet von Leiden und Beschwerden, wenn ihm eineinhalb Stunden jemand zuhört? Das ist ein ganz wichtiger Effekt. Dann haben Homöopathen ja den herkömmlichen Ärzten, nenne ich es ja mal, sehr viel voraus. Ich glaube, 7,6 Minuten beschäftigt sich der normale Arzt in Österreich mit seinen Patienten. Der kann aber nicht mehr, weil er bekommt das Gespräch nicht bezahlt. Und leben wollen ja die Ärzte auch von ihrem Honorar. Nicht schlecht, meistens. Homöopathen müssen sie ja privat bezahlen. Also der kann sich dem Patienten widmen. Die Medikamente können es nicht sein. Ich möchte noch auf ein Beispiel draufgehen. Die Medikamente der Homöopathie werden an gesunden Menschen geprüft, also nicht an Kranken. Wir sind da gewöhnt, dass Medikamente zugelassen werden müssen, nach einer sehr langen Kette von Überprüfungen von der Zelle über das Tier bis zum Menschen. Homöopathiker werden einfach gesunden gegeben. Und dann wartet man ab, nach einer bestimmten Zeit, was dieser gesunde Mensch an Symptomen berichtet. Ich habe da eine Tafel mit, da geht es um Belladonna. Das ist ein sehr beliebtes Mittel in der Homöopathie. Tollkirsche. Und da gibt es in dem Buch, in dem schlauen Buch, wo die Homöopathen dann nach dem Symptomebild nachschauen, gibt es 61 Seiten Symptome, weil es schon sehr lange gegeben wird, das Mittel. Es sind tausende Symptome aufgelistet. Wenn man da näher hineinschaut, dann merkt man, dass manche Symptome einander widersprechen. Die einen sagen, es gibt einen vermehrten Urinausstoß. Die anderen sagen, Urin verhalten. Die einen sagen, ich schlafe besonders gut drauf. Die anderen sagen, ich kann nicht schlafen. Frau Bitschner, was sagen Sie da dazu? Das ist ganz korrekt. Das ist eine sehr exakte Beschreibung dessen, wie Homöopathie wirkt. Vielen Dank dafür eigentlich. Weil in der Homöopathie ist es nicht so, dass ein Mittel ein Symptom heilt. In der Homöopathie ist es so, dass es Themen gibt. Und ein Thema bei Belladonna ist zum Beispiel das Problem im Haaren oder das Problem im Durst oder das Problem im Fieber. Und es kann immer in beide Seiten ausschlagen. Aber es muss extrem ausschlagen. Also ein bisschen Fieber ist keine Belladonna-Indikation. So wie kein Fieber bei einer Erkrankung auch keine ist. Sondern es muss eine bestimmte Art haben. Von der Prüfung am Gesunden. Das sind Symptome, die Gesunde von sich gegeben haben. So ist das. Wie wählt der Homöopath aus diesen Widersprüchen? Indem man es viel genauer anschaut. Es reicht nicht nur, dass man sagt, ich habe reichlich Abgang von Haaren. Sondern man muss anschauen, wann ist der Abgang vom Haaren und welche Zeit. Wie findet der statt? Wie schaut der Haaren aus? Wie ist der Geruch davon? All diese Dinge. Er hat sich in der Potenz C30 mit C30, soviel ich weiß, in der hohen Potenz. Was ist in einem Globuli oder in einem Tropfen drinnen in der Potenz C30? Kein Molekül mehr. Kein Molekül. Was ist sonst drinnen? Was ist sonst drinnen? Das wissen wir nicht genau. Sie wissen nicht, womit Sie behandeln. Aber das wissen wir ja selbst in der konventionellen Medizin. Ach, das stimmt aber doch nicht. Der Pharmazeut wird Ihnen da widersprechen. Es ist schon doch, dass beim Pelatona ein Unsinn ist. Was Pelatona tut oder die Inhaltsstoffe von Pelatona sind ja extrem gut charakterisiert und man weiß ja genau, was das macht. Also das ist die Darstellung da hier, dass jetzt plötzlich wenn ein Homöopath Atropin verwendet, etwas ganz anderes rauskommt, als wenn man normalerweise Atropin gibt. Das muss man ja sagen, das widerspricht ja jeder Form der Logik. Dass wir die eine Phase haben, wo wir einen Haarenverhalt haben, dann die Phase um. Je nachdem, was Sympathikus, Parasympathikus, was aktiver ist. Ja sicher, Sie haben ja im Toxikologen doch genau dasselbe. Ich muss jetzt ehrlich sagen, bei Ihrem Ärzte, Herr Kauderwelsch, kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus und ich möchte das Ganze ein bisschen für Normalsterbliche runterbrechen, so wie ich einer bin. Herr Oberhumer, vielleicht können Sie mir auch helfen. Es gibt ja doch jetzt so viele Geschichten, so viele Menschen, die sagen, mir hat das was geholfen. Auch wenn es wissenschaftlich nicht nachweisbar ist, muss man sich trotzdem anerkennen, wenn es hilft. Nein, das sind, wie ich es gesagt habe. Auf Österreichisch sagt man gut, Geschichteln. Das sind irgendwelche Erzählungen, die von Mensch zu Mensch weitergegeben werden, aber natürlich muss das wissenschaftlich nachgewiesen sein, wenn ein, wenn das Medikament oder Therapie eine Wirkung hat. Ich bin übrigens auch gegen das Wort Schulmedizin. Für mich gibt es eine Medizin, wenn etwas wirkt und wenn es nicht wirkt, dann können die Globuli oder die Essenzen in die Toilette und das Gläschen ins Altpapier und die Verpackung, das Gläschen in ein Altglaskontainer und die Verpackung ins Altpapier. Aber es ist, wie wichtigste ist der Nachweis. Aber bei der Homöopathie fehlt ja sogar der Unterbau. Also das ist ja einfach hirnrissig als ein C100. Das ist eine durchaus übliche, eine übliche, aber verwendete Potenzierung, also Verdünnung. Das ist auch das wissenschaftliche Primorium, die Homöopathen sagen Potenzierung und Dynamisierung für einen einfachen Physik, für mich ist das schütteln und verdünnen. So, und wenn ich dieses Glas C100 hätte, dann müsste ich dieses Glas verdünnen, den Wirkstoff verdünnen in 100 Milliarden, Milliarden Universen. Ich bin Astrophysiker und bei großen Zäuen kenne ich mich ganz gut aus. Aber so etwas, dass so etwas wirkt und das durchschaut jedes Kind. Meine Enkelin Sophie, die durchschaut das ganz einfach, wenn ein Himbeersaft so verdünne, dass der dann intensiver schmecken soll. Also das ist etwas, was keinen Menschen eingeht. Die Homöopathie hat es nicht geschafft, in 150 Jahren irgendeine Erklärung für die Wirkung der Homöopathie zu finden oder anzugeben. Das ist einfach unbekannt, wie das wirken soll. Es kann nicht wirken, wenn nichts drin ist. Hannemann sagt ja, wie das wirkt. Es wirkt ja nicht, der Stoff. Hannemann, der Erfinder quasi der Homöopathie. Der sagt doch, dass der Geist des Mittels wirkt. Und Hannemann hat in seinen letzten Jahren seinem Patienten gar nichts mehr zu trinken oder zu lutschen gegeben, sondern er hat sie an den Fläschchen riechen lassen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass Menschen, die mit Homöopathie behandeln, an Geist glauben, wenn die geistige Wirkung das sein soll. Aber zum Beispiel der Herr Dr. Fraas behandelt ja auch Menschen im künstlichen Tiefschlaf homöopathisch. Also da gibt es dann keine eineinhalbstündige Anamnese, weil der halt vermutlich nicht so viel zurückspricht. Wie soll das gehen? Ich darf also auch mein Buch zeigen, in dem ich versucht habe, nicht nur alleine, sondern auch mit vielen Kollegen international hier Patienten zu beschreiben, die im künstlichen Tiefschlaf sind. Das heißt, diese Patienten nehmen mich nicht wahr. Und bei diesen Patienten kann man also diesen Parcebo-Effekt ausschließen. Fast zur Gänze kann man diesen Parcebo-Effekt ja auch bei Tieren ausschließen, die auch sehr gut auf Homöopathie reagieren. Es gibt hier bei den landwirtschaftlich genutzten Tieren ist das sozusagen zu vernachlässigen. Und eine weitere besondere Besonderheit ist einfach, mir macht es Spaß, es ruft ein Angehöriger an und sagt, es liegt jemand auf einer Intensivstation. Ich kenne weder den Angehöriger, ich kann ja auch nicht diesen Patienten auf der Intensivstation. Wir besprechen, denn es ist oft so, dass einem Aufenthalt auf der Intensivstation ein besonderes Ereignis vorhergeht. Und aufgrund dessen verordne ich ein Medikament. Das Medikament wird von der Apotheke geschickt, ich habe sozusagen dieses Medikament nicht in der Hand gehören. Und dieser Patient hat aber doch eine sehr rasche und auffällige Veränderung. Ich habe diesen Patienten nicht beeinflusst. Es wäre schön, hätte ich den unglaublich genialen Kräfte, die mir zugesprochen, den Homöopathen zugesprochen werden und den Homöopathinnen. In der Realität natürlich hat man diese Kräfte nicht. Und dann gibt es ein einfaches Gegenbeispiel. Erstens einmal kenne ich wirklich ganz, ganz liebe und viele liebe Kolleginnen aus der konventionellen Medizin, die sich wirklich Zeit nehmen, die sich wirklich lange mit den Patienten hinsetzen und genauso viel Empathie haben. Also ich habe eine Kollegin mit, der ich das ziemlich mache, da weiß ich, dass die Patienten oft länger sitzen als bei mir. Das Zweite ist, es gibt eine Berufsgruppe Psychotherapeuten, Psychologen, wo die Patienten oft zweimal in der Woche, oft wochenlang, manchmal monatelang, vielleicht sogar jahrelang hingehen. Das heißt, diese Patienten sehen ihre Therapeuten 50 Mal so oft wie mich. Also mich sieht man vielleicht im ganzen Jahr zwei, sagen wir vielleicht drei Stunden. Die meisten Patienten sind außerdem ganz furchtbar enttäuscht, weil am Ende sage ich dann, bitte nehmen Sie das und dann sagen denen, eigentlich muss man nicht erklären, warum ich das jetzt mache. Das werden Sie schon sehen, das wird schon funktionieren oder nicht. Ich persönlich glaube ich überhaupt nicht dran. Glaube ist etwas, was für die Religion wichtig ist, aber Glaube an der Medizin absolut nichts zu suchen. Es muss funktionieren und wenn es nicht funktioniert, dann haben sie es zu verbannen. Ich kann dazu sagen, das steht in meinem medizinischen Eid, dass ich es so oft gesehen habe, bei ausgefallenen Fällen, wo dann Reaktionen waren, die nicht mehr mit so ganz kleinen Geschichten zu erklären sind. Und eines, da bin ich unerbitterlich, Menschen, die leiden und vor allem Menschen, die Symptome und Probleme haben, für die es in der Konventionellmedizin kein therapeutisches Equalent gibt, diese Menschen leiden zu lassen, aus ideologischen Gründen lehne ich komplett ab. Das sind natürlich keine wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern das sind persönliche Erfahrungen. Ich freue mich für jeden dieser Patienten, auch für sie, dass sie gesund worden sind durch etwas. Das ist ja auch der Sinn. Aber das jetzt zurückzuführen auf so eine pseudomedizinische Methode, halte ich nicht für richtig. Ich wollte nur ganz gut zeigen, was ich da mitgebracht habe. Da drinnen gibt es das widerstandsfähigste Bakterium, das Gottes Erdboden gibt, nämlich ein Bakterium mit dem Namen Teonococcus Radioturans. Und das ist äußerst widerstandsfähig gegenüber aller widrigsten Umwelteinflüsse. Also kann es zum Beispiel kann es die tausendfache radioaktive Strahlung widerstehen, die sonst für Menschen tödlich wäre. Das erste Mal habe ich das gekennengelernt im Forschungsreaktor am Atominstitut und direkt neben den Uranbrennsteben kann dieses im Wasser dieses Bakterium überleben. So, das ist nur ganz kurz die Vorgeschichte. Wie ich dann in Pension gegangen bin von der Technischen Universität Wien, habe ich geglaubt, dass dieses Bakterium werde ich nie mehr sehen, aber ich habe zu Hause Alpakas. Was sind Alpakas? Das sind so die kleinen Lamas mit der besten Wolle der Welt. Diese beste Wolle der Welt ist dadurch entstanden, dass die südamerikanischen Ureinwohner, die über 5000 Jahre gezüchtet haben. Die Lam als Traktiere und die kleine Form dieser Alpakas als Winterwolle. So, aber was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Nun, ganz einfach. Da drinnen haben, und wo gibt es dieses Bakterium bei den Alpakas nicht in der Wolle, sondern in dem Bembold, das was hinten rauskommt. Da ist dieses drinnen. So, warum habe ich das jetzt mit? Das hat nämlich folgenden Sinn. Erstens einmal, der erste Grund ist, weil ich die Evolution bewundere, die so ein widerstandsfähiges Tier hervorgebracht hat. Das Zweite ist, weil ich das als Talisman, immer bei mir auch, ich bilde mir ein, das bringt mir Glück, wie andere heute so, Ketterl haben oder sonst war, habe ich diese Bembold. Die habe ich immer mit heute auf der Universität, bei den Science-Pars habe ich es immer dabei. Und tatsächlich habe ich beobachtet, dass man dann auch besser geht. Wenn ich diese Bembold bei mir habe, weil ich mich wohler fühle, weil das ist der sogenannte Placebo-Effekt, wenn man sich wohlfühlt, geistig, dann ist es doch auch so, dass wir, da werden Bodenstoffe, Stresshormone, ein ganzer chemischer Cocktail ausgeschüttet, sodass man sich wohlfühlt und daher nicht so krank wird. So, das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund, ich habe mit vielen Homöopathen diskutiert und ich will ja auch den Leuten überzeugen, dass das wissenschaftlich nicht interessant ist. Und wenn ich dann gesagt habe zu den Leuten im Familienkreis, im Bekanntenkreis, das ist aber wissenschaftlich nicht erwiesen, dann haben die das nicht registriert. Im Gegenteil, mir ist dann ein Unsinnpartler, ein Ungusel, weil man das sagt, das ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Und drunter, Moment, noch ganz kurz und ganz kurz noch das Ende der Geschichte. Ja, das Ende dieser Geschichte ist, wenn ich das mithabe und dann sagen diese Leute, die ich überzeugen will, die es ja auch hier gibt, sagen die, ah, der Professor glaubt ja auch an etwas. Und damit habe ich schon einen Fuß in der Tür. Bei der Homöopathie kann man wieder einen Placeboeffekt reden und so weiter. Das ist das beste Mittel, wenn man immer machen. Wissenschaftlich argumentiert hat man keine Chance. Frau Bülschnur, funktioniert es auch, wenn man nicht dran glaubt, die Homöopathie? Ja, ganz sicher. Weil das ist unerheblich, ob man dran glaubt oder nicht. Die Homöopathie ist einfach von der Methodik her etwas, das kann man eben anwenden, gleich ob der Patient komatös ist, gleich ob der Patient russischsprachig ist und kein Wort Deutsch kann, gleich ob er operiert wurde und noch in Narkose ist. Es spielt keine Rolle. Es funktioniert trotzdem. Allerdings muss man sagen, es funktioniert immer nur dann gut, wenn es gut gemacht ist. Die Limitation der Homöopathie ist dort, wo man sie nicht korrekt anwendet. Das heißt, am Prüfstand steht eigentlich nicht die Globuli, außer sie sind schlecht hergestellt, aber das sind sie ja im Allgemeinen nicht, am Prüfstand steht eigentlich der, der sie verabreicht und das Wissen dessen. Aber die Frau Federspiel, Frau Federspiel, ich muss da jetzt reingehen, wir müssen nämlich gleich auch in die Werbung. Sie nehmen aber während der Sendung und vorher auch schon immer wieder Globuli und wollen damit beweisen, dass sie eben genau das nicht tun. Sie wirken nicht, wenn man nicht daran glaubt. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Sendung vorbei ist und wollen schauen, ob sie blau werden, grün oder was auch immer mit Ihnen passiert. Wir sind gleich zurück bei Pro und Contra. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir diskutieren über Penicillin oder Globuli. Was heilt denn besser? Was sagt dazu die konventionelle Medizin, nennen wir es so, oder was sagt die Homöopathie? Wir haben beide Seiten hier vertreten, auch viele Patienten. Aber Frau Federspiel, jetzt könnte man natürlich schon auch sagen, vielleicht sind die Ärzte und die Pharmaindustrie so gegen Homöopathie, weil sich damit einfach viel weniger Geld verdienen lässt. Ja, mir wurde auch schon unterstellt, dass ich bezahlt werde von der Pharmaindustrie. Man vergisst dabei, dass Homöopathiker auch von einer Pharmaindustrie erzeugt werden. Also ich bin nicht reich geworden. Aber sowas, was Sie hier mit mir haben und immer wieder essen werden, das kostet ja sehr wenig. Im Vergleich zu einem teuren Medikament von der Konditionelle. Das kostet 11 Euro oder mehr, ist ja nicht zu wenig. Auf die Dauer summiert sich das. Aber ich wollte Frau Dr. Pitsch noch was fragen. Ich habe den Eindruck, Sie glauben nicht an Homöopathie selbst. Ich war in Ihrer Vorlesung, die Sie am AKH halten. Und da haben Sie begeistert geschildert, wie das in der Gynäkologie, in Ihrer Abteilung ist. Wenn ein Baby nach der Geburt nicht schreit, dann legen Sie ihm zwei Globuli auf die Lippen und dann funktioniert es. Und dann sagen Sie dazu, aber man muss alle lebensrettenden Einrichtungen schon dabei haben. Dann erzählen Sie Frauen mit lebensgefährlichen Blutungen, behandeln Sie erfolgreich mit Homöopathikern. Machen wir ein Beispiel nacheinander. Aber man muss immer diese Geräte dabei haben. Ja, man muss immer alles dabei haben. Es ist so, wir haben ja heutzutage 2013 und nicht mehr 1802, wo es eben nichts anderes gab für einen homöopathischen Arzt, als die Homöopathie, um rasch und wirksam einzugreifen. Ich habe heute viel. Wenn damals ein Globuli nicht funktioniert hat, ja, dann ist halt die Frau oder das Kind leider verstorben. Wenn heute ein Globuli nicht funktioniert, habe ich Gott sei Dank die konventionelle Medizin, auf die ich umgehend zurückgreifen kann. Und zwar umgehend und ohne Zeitverlust. Sie glauben nicht wirklich an die Wirkung, sonst müssten Sie ja diese Gerätschaften nicht dort haben. Sie funktioniert ja auch nicht immer. Das ist ja ganz klar. Sie funktioniert ja nicht immer. Wenn ich zum Beispiel im Stress zum falschen Mittel greife, dann habe ich nicht die Wirkung, die ich brauche. Und dann brauche ich aber was anderes, was funktioniert und was hilft. Das ist das Klassische vom Popper, eines der Popperschen Kriterien, wie man sozusagen eine wissenschaftliche Überprüfbarkeit aushebelt, indem man hunderte Ausreden findet, warum es dann doch irgendwie immer im besonderen Fall etwas erklärt, dass es doch nicht funktioniert hat. Aber Sie machen genau das Gegenteil, Herr Professor. Nein, nein. Sie nehmen, Sie sind kein Praktiker, Sie stehen nicht am Patienten, Sie sehen nicht, wer nicht erwirkt oder nicht wirkt. Diese Vorwürfe und Anwürfe bringen überhaupt nichts. Das Entscheidende ist, wenn man sich fragt, wie funktioniert Wissenschaft und wissenschaftliche Medizin tatsächlich, dann ist es so, dass es ein zyklischer Prozess ist. Wir machen Beobachtungen, wir schließen aus diesen Beobachtungen, wir überprüfen sie, dann verstehen wir etwas und es geht ständig so, das ist so funktionierte evidenzbasierte Medizin. Und auf diese Art und Weise haben wir entdeckt, warum die Leute zuckerkrank sind, wir haben das Insulin entdeckt, wir haben bessere Therapien entwickelt etc. Und ich kann Ihnen hunderte Beispiele, inklusive Krebs oder eben die erwähnte Multiple Sklerose, wo man sehen kann, über 70, 80 Jahre, seitdem es die wissenschaftliche Medizin gibt, sind wir ungefähr 100 Jahre, wie langsam der Fortschritt ist, aber es beständig. Es gibt kein einziges wissenschaftliches Phänomen, oder kein einziges wissenschaftliches zusätzlicher Baustein im Wissensgebäude, das wir haben, das wir der Homöopathie verdanken. Es gibt gar nichts. Es ist seit 200 Jahren wird Quacksalberei und Unfug betrieben, genauso, es ist so, als ob man jetzt nach wie vor, Ihre Theorie steht auf demselben Niveau wie die Krasenlehre vom Galen, wo man sagt, jemand ist traurig, weil er schwarze Galle im Blut hat. Das kann man behaupten oder auch nicht, aber es erklärt überhaupt nichts. Wenn man die Erkrankung verstehen will und besser behandeln will, muss man den langsamen wissenschaftlichen Fortschritt fördern. Herr Fraß. Ja, also da muss man natürlich schon einen Einwanderer heben. Es gibt die Arbeiten von Professor Reh, die sehr schön gezeigt haben, dass es bei der Tieftemperatur, der man in den Szenen, Unterschiede gibt zwischen nieder- und hochpotenzierten Substanzen. Wir haben das damals auch beim Atomforschungsinstitut in Wien vorgetragen. Wir haben darum um eine Replikation gebeten. Das hat nicht stattgefunden. Es gibt eine Reifenstudien und die wirklich schönste... Sagen Sie mir ein Wissensbaustein in der Medizin. Eine, wie man sagen kann, Malaria wird erzeugt von Plasmodien oder so etwas. Etwas, was man einfach verstehen kann. Zuckerkrankheit, Diabetes Typ 1 ist zurückzuführen auf Insulinmangel. Parkinson, Dopaminmangel. Lassen Sie doch den Herrn Fraß mal an. Es gibt kein einziges Stück an Wissen, das man in diesem Zusammenhang erkennen kann. Herr Fraß. Ja, genau. Wenn man das jetzt unidirektional denkt und sagt, aha, ich schaue nur für ein einziges Symptom, dann gebe ich Ihnen in gewisser Weise recht. Wenn Sie aber jetzt... Sie geben Ihnen vollkommen recht. Wenn ich etwas jetzt versuche, das nicht emotional zu führen, diese Diskussion, wenn Sie also jetzt den Patienten betrachten in der Homöopathie, dann bemüht man sich, den Patienten das Ganze zu betrachten. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Das ganz Interessante ist nämlich, jeder Patient möchte sehr individuell betrachtet und behandelt werden, interessanterweise. Und der Homöopath schaut eben nicht auf ein einziges Symptom, sondern er schaut auf viele Symptome. Und plötzlich haben Sie eine Multivariabilität. Und da darf ich den Herrn Sing zitieren. Das Buch für Marts, letzter Satz, das haben Sie sicher gelesen, wo eben eine einfache Formel mit vier Variablen sozusagen 300 Jahre gebraucht hat, bis man draufgekommen ist auf die Lösung. Die Homöopathie mit sehr viel mehr Variablen braucht es halt einfach etwas länger. Und ich danke Ihnen dafür, denn ich möchte dieses Statement, das Sie gebracht haben, dazu benutzen, dass man nämlich auch auf den Universitäten hier die Möglichkeit bietet, dass es nicht nur einen einzigen Homöopathen gibt im Vergleich zu einigen Hunderten anderen konventionellen Ärzten, sondern hier nur einen einzigen Amts-Homöopathen, der praktisch überhaupt keine Untersuchungs-, keine Forschungsmöglichkeiten hat. Ich würde sehr, sehr liebend gerne mit Physikern, mit Chemikern zusammenarbeiten. Das ist etwas, was mich hoch interessiert. Es gibt dazu auch Forschungsarbeiten aus der Pharmazie. Ich darf noch mal die Frau Mag. Muchitsch nennen, die sich hier in vorbildlicher Weise bemüht, hier neue Erkenntnisse zu gewinnen. Geben wir einfach mal den Homöopathen hier auch die Möglichkeit, überhaupt etwas zu untersuchen, was hier derzeit eben nicht möglich ist. Sollten wir also, Herr Oberhumer, vielleicht... Sollten wir vielleicht auf den... Einen letzten Satz wollte ich noch dazu sagen. Einen Satz, bitte. Einen Satz. Mir geht es nicht um diese Gegnerschaft. Ich finde, das ist Mittelalter. Mir geht es um den Dialog. Ich bin der, der gleichzeitig hier Intensivmedizin macht und der gleichzeitig... Herr Oberhumer, vielleicht sollten wir auch die jungen Mediziner in Österreich mehr in Richtung Homöopathie, Ganzheitlichkeit, wie es ja immer heißt, ausbilden. Oh, du Schreck! Nein, es ist so, dass... Leider ist es so, dass bei der ärztlichen Ausbildung, die müssen ja keine wissenschaftliche Arbeit machen. Keine Doktorarbeit, wie sonst in den... Müssen Sie mittlerweile schon. Müssen Sie schon. Aber es gibt viele Ärzte, die tätig sind, die das noch nicht haben. Die noch nie... Die das noch nicht gemacht. Die sind noch... Keine Wissens. Seit 2003. Und dadurch fehlt dieses Gefühl für Statistik, systematische, statistische Fehler. Ich möchte aber nur eines zu den Fakten, ja. Aber Entschuldigung, was hilft mir die beste Statistik, wenn ein Schmerz gelindert wird durch ein Medikament? Man sollte auch den Patienten die Wahrheit sagen, wenn man sagt, das ist Schmerz wirklich, wenn ich zutraulich bin, liebevoll zu werden, dann ist das natürlich auch eine Heilungsmethode. Aber es hat nichts mit esoterischen und homöopathischen Mitteln zu tun. Mittelalter, wollte ich nur dazu sagen, vor 150 Jahren, waren unsere breiten durchschnittliche Lebenserwartung 35 Jahre. Heute für ein Kind, das geboren ist, ist sie fast 100 Jahre. Damals hat es nur die Homöopathie gegeben. Wie viele von uns werden dann... Elend und Hunger. Und Elend und Hunger. Ja, aber auch, es hat zum Beispiel auch noch keine Impfungen gegeben. Das hat auch damals, viele Kinder, Menschen sind damals gestorben. Also Homöopathie, alleine Lebenserwartung, 35 Jahre, mit der modernen Medizin, 100 Jahre. Jetzt hat sich der Herr Dr. Leubner aus dem Publikum da jetzt schon zu Wort gemeldet. Ich darf ihn kurz bitten, dass wir ihm ein Mikrofon geben. Herr Dr. Leubner, bitte. Danke vielmals. Mir fällt auf, dass die Kollegen, die ständig von der Wissenschaft sprechen, die Diskutanten, überhaupt nicht in der Heilkunde tätig sind. Herr Professor... Das stimmt auch nicht. Natürlich war einige Jahre, aber nicht in der Heilkunde. Bitte, Ärzte stehen am Krankenhaus. Das ist immer ein Anwurf, mit dem keine Sache gelöst wird. Die beiden Nachbarn sind nicht in der Heilkunde tätig, beschäftigen sich mit Theorien, die für den armen Krankenpatienten völlig belanglos sind. Ob etwas wirkt oder nicht so belanglos sein, das verstehe ich nicht. Das zeigt der Arzt und der Patient. Das ist die Wirklichkeit. Und jetzt eine Frage an Sie. Ein Kollege von Ihnen, dessen Frau hatte Fieberblasen über viele Jahre. Er hat mich aufgesucht mit seiner Frau. Sie konnte mich Gott sei Dank in kurzer Zeit von diesen Leiden befreien. Und ich habe ihn gefragt, wie ergärt er sich das jetzt von seiner Wissenschaft her. Er ist Kernwissenschaftler der Universität Wien. Und er hat gesagt, ich weiß es nicht, wie es geht, aber es wirkt. Verstehen Sie das? Ja, das sagen Sie ja. Ich weiß nicht, Man wird doch wieder gesund, ohne dass man irgendwas tut. Die Wissenschaft ist noch nicht so weit. Glauben Sie, dass die Wissenschaft, die Sie heute haben, der letzte Stand der Dinge ist? Glauben Sie das? Das glaubt doch niemand. Aber Wissenschaft ist nicht laugend. Mit Ihrer Wissenschaft schaffen Sie es nicht. Wir mit unseren Patienten und mit unserer Geschichte, wir schaffen das. Das sind Geschichte auch. Ich möchte darauf hinweisen, dass Homöopathie nicht die Ursachen einer Krankheit behandelt. Das zielt gar nicht auf die Ursachen. Das ist absolut richtig. Homöopathie sammelt Symptome ein und vergleicht dann die Symptome, die der Patient berichtet und seine Konstitution wird beachtet, mit dem Symptomebild von Arzneimittelprüfungen. Aber von der Heilkunde sind Sie nicht tätig. Sie sind nicht kompetent. Sie können wunderschöne Bücher schreiben und sich lustig machen, aber Sie sind nicht kompetent. Jedes Kind durchschaut, warum das nicht wirken kann. Jedes Kind machen Sie Wissenschaft. behandelt haben, kann ein Homöopath ein gebrochenes Bein heilen, kann ein Homöopath in Superkrankheit heilen. Behauptet er nicht, er schickt sie zum Wundarzt. Homöopathen können das Wohlbefinden steigern und haben vielleicht kurzfristig den Effekt, den jedes Scheinmittel erreichen kann. Und wenn wir nur das könnten, wäre es auch schon viel. Darf ich ganz kurz noch mich da einklinken? Bitte. Ich glaube, man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja, weil im Grunde genommen unterstellen Sie allen unseren Patienten, dass Sie dumm, ignorant, einfach einfach keine Ahnung haben von dem, was Sie machen. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie am Rande des Betrugs arbeiten. Oh, das ist aber Adler-Prozessor. Ein Kilo Knochen kostet 600 Euro. Der Wert des Zuckers von diesen einem Kilo, da kann man ein Kilo Zucker im Supermarkt um einen Euro teilen. Es ist für mich als Ärztin zu überraschen, diese Emotionalität, die da stattfindet. Als Arzt ist mein Anliegen, das meinen Patienten zu helfen. Ich bin Gott sei Dank eine sehr fundierte konventionelle Medizinerin. Ich habe Ihnen aber auch eine sehr fundierte Alternativmedizinerin. Ich kann bei meinen Patienten genau das herholen, was für meine Patienten wichtig ist. Und ich kann ganz genau das tun, was in dem Moment wichtig ist. Ich habe im Akara ein paar Jahre lang eine Ambulanz geführt, eine rein homöopathische. Dort habe ich keinen Groschen verdient. Dort bin ich gesessen in meiner Freizeit und habe das gemacht. Dort sind mir von meinen Kollegen, den Gynäkologen, die Patienten zugewiesen worden. Dort ist beobachtet worden, was passiert. Man hat das gemessen, man hat die Laborparameter, die Diagnostik, die Komplette geführt. Und ich habe keinen Groschen dafür bekommen. über die Jahre, die ich gemacht habe. Die Betriebe, die Homöopathiker-Herstellung, haben sehr wohl, sehr gut verdient. Da verdient keiner gut dran an so einem Fläschchen Globul im Vergleich zu, was ich verwende bei einer Chemotherapie und bei anderen. Das ist ein Millionenumsatz, die Homöopathiker. Das sind 400 Millionen Euro im Jahr. Ja? Also, das ist ja, in Altengeld ist das ja erstaunlich viel. Und das zeigt auch das Problem, was Sie gesagt haben, dass es angeblich keine Möglichkeit gäbe, Forschung zu betreiben. Das eine der Grundvoraussetzungen damit etwas, dass man eine ethische Voraussetzung, damit man zeigen kann, dass man wirklich eine Rechtfertigung hat, für seine Therapie ein Geld zu verlangen, ist, dass man einen Beweis erbringt, dass es tatsächlich auch wirkt. Und ich möchte das nur ganz kurz erklären. Wenn Sie hier betrachten, das habe ich jetzt aufgemalt, einen Kaplan-Meyer-Plot. Und Sie betrachten eine gravierende Erkrankung, wo die Leute sukzessive versterben. Und das Leute gibt es dann eben mit der Therapie hier in dem Fall. Also Ihre Stufen sind quasi mein Leben nimmt ab, oder wie? Um es für mich auch zu erklären. Es sind Individuen. Sie können ja nur einmal sterben. Also hier stirbt jemand, hier stirbt jemand, hier stirbt jemand, hier stirbt jemand. Wenn Sie es jetzt statistisch betrachten, dann sehen Sie, dass diese Therapie, die ich als Therapie A angegeben habe, ja offensichtlich weniger Leute sterben. Wenn ich aber das Individuum hier bin, wo ich dieses Kastel hingemalt habe, dann habe ich halt Pech gehabt oder die Arschkarte des Lebens gezogen. Und ich bin in der besseren Therapie früher gestorben, als der Knödel hier, der mit der schlechteren Therapie behandelt worden. Das heißt, wenn man immer nur ein N von 1 hat, dann sagt man, die Therapie A ist ganz schlecht und die Therapie B ist ganz gut. Es gibt eben das Problem, dass es eine große Variabilität gibt. Nur wenn man jetzt hergeht und das dann immunisiert und sagt, das ist mein Fehler, weil ich habe falsch repertorisiert oder so etwas, dann kommt man nie drauf, was sind die Variablen. Herr Fraß, bitte. Wir können dann, ich bin noch nicht fertig, wir können dann feststellen, wie das ist. Und das andere... Aber ich bitte um etwas weniger Monologie und auch um die Antworten einmal anzuhören. Herr Fraß, bitte. Es gibt eine einfache Antwort. Betrachten wir nur die Schrank-Studie aus dem Jahr 2005. Ich habe gemeinsam mit Professor Stusser, einem Experten, einem Statistiker, diese Studie genau analysiert. Wir haben das damals auch gemeinsam mit Professor Freismuth besprochen. Und diese Schrank-Studie zeigt, wenn man die Interpretation richtig durchführt, dass Homöopathie wissenschaftlich wirkt im Rahmen einer Meta-Analyse. Wir haben aber ganz viele Menschen auch hier bei uns im Publikum, die ganz anderer Meinung sind von vielen, die hier am Podium sitzen. Und mit denen wollen wir gleich weiterreden hier im Pro und Kontra. Wir sind gleich zurück. Willkommen zurück bei Pro und Kontra. Wir diskutieren über Alternativmedizin, Penicillin oder Globuli. Was heilt besser? Und wir haben auch viele Patienten und viele Menschen mit einer recht starken Meinung bei uns im Publikum. Und auch die sollen natürlich in dieser Sendung Gelegenheit haben und Fragen stellen. Wir hätten hier gleich eine. Bitte schön. Wenn Sie kurz aufstehen, bitte. Ja, meine Frage geht an den Herrn Dr. Fraß. Nachdem Sie Wissenschaft betreiben, würde ich mich sehr interessieren. Ich habe das Gefühl, dass die Homöopathie zur Wissenschaft ungefähr so steht zur Medizin, ungefähr so steht wie die Astrologie, zur Astronomie oder Kreationismus, zur Evolution. Und deswegen würde mich interessieren, nachdem Sie Wissenschaft betreiben, was muss passieren, was sind die Bedingungen, unter denen Sie Ihre Überzeugungen, die Sie haben, fallen lassen. Das ist ja ein ganz wichtiges Kriterium in der Wissenschaft. Ich habe eine Theorie, die wird überprüft und dann kann ich sagen, okay, ich halte weiter daran fest oder ich lasse sie fallen. Herr Fraß. Ja, ich danke für diese Frage. Denn es ist tatsächlich so schön zu sehen, dass ich ja bei jedem Patienten, den ich mit dem richtigen Medikament behandle, eben das wiederholen und beweisen kann, was eben schon vor 200 Jahren gestimmt hat. Sagen Sie mir etwas in der Kommission in der Medizin, was ich 200 Jahre ganz locker gehalten habe. Da gibt es ganz wenig, also außer digitales natürlich. Und das ist eigentlich das wirklich schöne, das weiter, was ich vorhin schon auch hier erwähnt habe. Aber ich wurde einfach mit einem Nein abgeschmettet, denn wissenschaftlich gegen mich zu opponieren, ist ja offensichtlich nicht möglich. Nein zu sagen, ja. Man hat meine Antwort auf diese Schank-Studie, die ja behauptet hat, das wäre ja nur eine Placebo-Geschichte. Meine Antwort hat man sozusagen in keiner Weise entkräften können. Es gibt heute niemanden, der dagegen irgendetwas fundiert wissenschaftlich sagen kann. Diese Schank-Studie zeigt Ihnen in ganz hervorragend... Wann würden Sie hergehen? Das entscheidende Kriterium ist doch die Frage, wann... Also ich habe die Erfahrung, dass 95 Prozent von den Experimenten, die ich mache, oder von den Thesen, die ich prüfe, sich als falsch herausstellen. Und da muss man jetzt was Neues machen. Und die Frage ist, wann sind Sie bereit, Ihre PET-Hypothesis aufzugeben, zu sagen, okay, das stimmt nicht, wir machen es ans. Das war die Frage. Das mache ich auch noch für sich jeden Tag. Schauen Sie, ich bin ein Skeptiker. Ich bin ein Mann des kritischen Denkens. Ja, aber Sie können doch sicherlich eine Bedingung angeben. Bitte? Sie können doch sicherlich eine Bedingung angeben. Wenn Sie Wissenschaft machen und wenn Sie Forschung machen, dann können Sie doch, wie der Professor Freismuth gesagt hat, sicherlich eine Bedingung nennen, eine einfache, unter der Sie sagen, hier mache ich an diese Studie den Versuch. Gibt es diese Bedingung, dass Sie sagen, es gibt genaue Gesetzmäßigkeiten, es gibt Gesetzmäßigkeiten, die Sie als klassische Homöopath anwenden müssen. Daher muss man unterscheiden, das ist ja, das ist weit wird das große Problem, das Sie auch unter Umständen haben. Wenn Sie heute das Wort Homöopathie hören, dann mag es ja sein, dass Sie unterschiedlichste Arten von, mit unterschiedlichsten Arten von Homöopathie konfrontiert sind. Und das, was wir versuchen, ist die originale oder klassische Form der Homöopathie durchzuführen, die eben zu diesen großen Erfolgen führt. Okay, ich muss da jetzt unhöflich sein. Ich fürchte, wir kriegen nur eine Frage durch und ich habe noch so viele andere Fragen. Ich darf Sie gleich bitten, bitte. So, guten Abend. Mein Name ist Friedrich Tömmel. Ich studiere Humanmedizin im fünften Jahr an der Medizinischen Universität Wien. Meine Frage geht dann an Sie, Herr Professor Fraß, aber zuerst möchte ich nur sagen, Kollege Leubner, der sich vorher auch schon zu Wort gemeldet hat, es sollte nicht ungesagt bleiben, dass Sie, die sich hier als Heiler sozusagen präsentieren, verglichen mit Professor Freismuth, die Berufserlaubnis entzogen wurde aufgrund Ihrer gefährlichen Thesen zur Impfung. Das wollte ich nicht. Er wird da auch später sicher noch antworten. Darf ich kurz noch Ihre Frage bitten? Eine Frage, Herr Professor Fraß. Mir ist aufgefallen, Sie schlagen die friedliche Koexistenz der Homöopathie zur ethischen, wissenschaftlichen Medizin vor in Bereichen, wo ich für mich jetzt herausgehört habe, Sie selber zugeben, dass sie etwas entbehrlich wäre. So wie in Ihrem Buch, ich habe mir das mal angesehen, immer die ersten zwölf Seiten, die Behandlung wäre, die ich als heilender Mensch, weil ich bin im Patientenkontakt, den Patientinnenkontakt, anwenden würde und dann kommt, was würde ich jetzt noch machen? Gut, wir lernen die evidenzbasierte Medizin an der Medizinischen Universität Wien. Ich habe jetzt auch per se kein Problem, mit Menschen anzulügen. Auch das hat einen Platz in der modernen Medizin, wenn es besser ist, einem Patienten, einer Patientin nicht gerade die Wahrheit zu sagen. Ich habe aber schon ein Problem damit, auf dem Rücken Hilfe suchender Menschen Profit zu machen. Nun ist meine Frage, was ist die Argument an mich, dass ich die Homöopathie, ein homöopathisches Präparat, gegenüber dem deutlich günstigeren, klassischen Placebo, per Magistraliterrezept, bevorzugen sollte, obwohl die Wirkung statistisch signifikant nicht nachgewiesen werden kann. Also warum lieber nicht Placebo, sondern Homöopathie? Ja, wäre dasselbe Problem. Schauen Sie sich die Schank-Studie an, da sehen Sie, dass ein Unterschied zwischen Homöopathie und Placebo besteht. Eine ganz einfache Antwort. Daher haben Sie auch von dieser Seite die Ethik. Und dann ist das zweite Problem. Es gibt Autos, die werden mit Benzin betrieben, es gibt Autos, die werden mit Diesel betrieben. Benzin ist ein Treibstoff, Diesel ist ein Breitstoff. Wenn Sie aber jetzt diese Treibstoffe, wenn das jeweils andere Auto einführen, wird das Auto vielleicht nicht fahren. Sie können daher nicht ohne weiteres die Methodologie, die Sie sonst in der Kondensnähenmedizin anwenden, sofort auf einen anderen Bereich übertragen. Das heißt, nachdem ich also ungefähr 200 Arbeiten geschrieben habe und publiziert habe in Babmed, im Vergleich zu manchen anderen, die hier vielleicht etwas weniger gemacht haben könnten, möchte ich also sagen, ich weiß schon, wovon ich spreche, und ich weiß auch ganz genau, was hier tatsächlich Wissenschaft ist. Denn Wissenschaft geht vom Einzelnen aus. Und der Einzelne, und Sie schauen immer auf ein einziges, ein einziges Syndrom, auf einen einzigen, auf einen einzigen Punkt. Und wir schauen auf verschiedene Punkte gleichzeitig. Und diese Multivariabilität, das ist eben ein ganz anderer Ansatz und den müssen Sie lernen. Sie können mir natürlich diese hübschen Worte wie Betrug und Profiten und diese Sachen an den Kopf werfen. Nicht böse sein. Wenn ich das gemacht hätte, was meine Mama zu mir gesagt hat, lasse ich als normaler Internist nieder, hätte ich in einem Drittel der Zeit das Dreifache verdient. Ich glaube, hör mal mit dem Spielchen auf. Okay, ich darf da auch weitere Fragen ins Spiel bringen. Bitte, hier hätten wir eine weitere. Ich gebe Ihnen einfach das Mikro, weil es noch nicht da ist. Bitte. Guten Tag, mein Name ist Friedrich Breidenbach und ich bin in meinem Freundeskreis offenbar gesegnet mit sehr vielen Geschichteldruckern, mit sehr vielen Geschichtenerzählern, mit Menschen, die an Hokus-Pokus glauben und Scharlatanerie. Und meine Frage, und ich glaube, das ist heute zu kurz gekommen, was die Herren auf der kritischen Seite, glaube ich, negieren, ist der große Wunsch, den ja auch der Erfolg der homöopathischen Medizin ausmacht, der Patienten, und um die geht es ja letztendlich, um meine Gesundheit nach einer homöopathischen Medizin. Und wenn ich mir Ihre Reaktionen darauf anschaue, kann ich ganz einfach daraus schließen, der Erfolg der homöopathischen Medizin ist auch die Schwäche der konventionellen Medizin, nämlich, dass Sie nichts wahrhaben wollen, was Ihnen über drei Millionen Österreicher tagtäglich mit ihren Erfolgsgeschichten, mit ihren Heilungen, mit dem Erfolg der homöopathischen Medizin sagen wollen. Und das negieren Sie, das wischen Sie unter den Teppich. Und noch dazu erklären Sie mir, dass ich ein Geschichteldrucker bin und erklären das meiner Familie und meinem Freundeskreis, dass ich an irgendetwas glaube, was gar nicht erwiesen ist. Und das ist für mich... Wir möchten Ihnen auch noch zu Wort kommen lassen, einer, der vor einem Jahr einen Bandscheibenvorfall hat, aber jetzt alternative Medizin sucht. Hilft Sie denn? Unbedingt. Ich finde überhaupt, also die rechte Seite ist sehr mächtig, sehr mächtig, das stört mich, ich bin ein sehr gefühlsvoller Mensch. Diese linke Seite hier, die sitzen da, hören zu, sind charmant und das möchte ich mal so sagen. Okay, ich brauche dieses Charmante, ich brauche dieses... Ich brauche diese... Diese Liebe brauche ich und ohne Liebe auf der Welt geht gar nichts. Und ohne Natur geht überhaupt nichts und ich bin jetzt in einem Jahr 70, ich habe in 50 Jahren Reise weltweit so vieles erlebt von Kulturen, ob es in Ägypten oder bei den Masais oder bei den Indianern war, wo ich gesagt habe, danke, dass es diese Natur gibt und danke, dass es auch die Schulmedizin gibt. Und beide müssen sie eigentlich von Beginn auf in den Schulen schon lernen. Ohne dem geht gar nichts, würde ich sagen. Schon in der Schule muss es beginnen mit Natur und mit der Schule. Aus. Herr Freismuth, müssen die Ärzte vielleicht auch was lernen? Konventionelle Ärzte, wenn Sie da jetzt diese Menschen hören? Also eine Sache ist unbestritten und das haben wir ja auch schon vorher gesagt. Eine Sache ist unbestritten. In unserem Gesundheitssystem wird zu wenig Zeit und zu wenig Empathie mit den Patientinnen und Patienten verbracht. Das ist einfach so. Das ist das System. Wenn ich mit ausreichender Zuwendung mit Leuten agiere, kann ich sehr viel auf sehr viel andere Eingriffe verzichten. ein klassisches Beispiel Bandscheibenvorfall, da gibt es Operationen, von denen gezeigt worden ist, dass die Operationen rein gar nichts bringen. Ja wohl. Sie bringen gar nichts. Man kann auch bei Knie-Operationen, man sozusagen Placebo- oder Scham-Operationen macht, ob man das Knie ausräumt oder nicht nur einen Hautschnitt macht, der Effekt ist dasselbe. Das heißt, dass das eigentlich die ärztliche Handlung diejenige ist, die oft heilend ist. Und deswegen ist dagegen gar nichts zu sagen. Wir haben ja hier in der Runde auch eine Frau, die noch behandelt wird, sozusagen homeopathisch, ihre Behandlung aber selbst ausgewählt hat und nicht dran glaubt und immer wieder globulisch luckt. Wie geht es Ihnen, Frau Wederspiel, am Ende dieser Sendung? Splendend. Ich mache das ja schon seit Jahren, und zwar nach den Spielregeln, alle drei Tage etwas einzunehmen oder ein Fläschchen zur Gänze. Hahnemann hat gesagt, gefährliche Überdosis. Es ist mir bis jetzt nichts passiert. Ich erwarte mir keine Symptome, daher habe ich auch keine. Es ist so einfach. Wenn man es erwartet, dass sich irgendwas tut. Wir alle haben jeden vierten Tag irgendein Bewegchen, leichte Kopfschmerzen, ein bisschen Muskel ziehen oder der Fuß tut weh. Manche registrieren das, manche nicht. Manche nehmen es furchtbar wichtig. Aber Ihnen geht es gut, um es auf den Punkt zu bringen am Ende dieser Sendung? Ja, wunderbar. Dann fühlen wir uns hoffentlich alle wohl am Ende der Sendung. Die Glaubenskriege konnten wir nicht bereinigen, aber es wird vermutlich noch weiter diskutiert werden und das vielleicht auch über Jahrhunderte, wie das schon passiert ist. Ihnen jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Pro und Kontra zum Thema Penicillin gegen Globuli. Was heilt besser? Die Antwort konnten wir nicht ganz finden, aber das ist vielleicht eben auch eine Glaubensfrage. Ihnen einen schönen Abend noch. Dankeschön. Die Natur ist wichtig. Die Natur ist wichtig. Ganz wichtig. Danke. Danke schön. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020